Hallo meine lieben Digi-Ritter, Hannes, ich willkommen zu einem weiteren Event-Video zu New Joggress Evolution Omega Mon Alta S. Das ist richtig, Omega Mon Alta S ist endlich draußen. Leider fehlt mir aber noch Tamer Level 70, das werde ich aber jetzt noch Power-Levelen und später werde ich dann ein Video dann zu den Joggress-Quests haben, beziehungsweise wie bei mir klassisch ein Road-to-Video machen, Road-to-Alta S wird es dann später geben. Muss jetzt nur noch ein bisschen Power-Levelen, wie gesagt, damit ich auf Level 70 komme. So, und bevor wir jetzt auf die Event-Sachen eingehen, erstmal natürlich alles im Shop. Wir haben hier die Joggress-Data B, das ist das Evolution, also hier haben die es mit dem Beta gemacht, Joggress-Data B, Omega Mon Alta S, für hier auf Steam 3,90 Dollar. Das ist das Evolutions-Item, was man für Kreskarurumon braucht, damit das dann zu Alta S werden kann. Und für Blitz-Greymon braucht man dann eine Joggress-Quest, dafür muss Blitz-Greymon auf Level 70 sein, damit man die annehmen kann. Und ja, was war sonst noch neu im Shop? Wir haben wieder Packages, einmal ein Omega Mon Alta S Advanced Package für 19,90 Dollar, mit einem Agumon Black Blitz-Greymon Digi-Eck Level 4 bis 5, ein Stück, Gabumon Kreskarurumon Digi-Eck Level 4 bis 5, ein Stück, Dragon mit Cluster, 20 Stück, Beast mit Cluster, 20 Stück, Joggress-Data B, Omega Mon Alta S, also dasselbe Item, das man auch separat kaufen kann, und ein Hedge-Backup Level 5, zwei Stück. Und dann haben wir noch ein normales Omega Mon Alta S Package für 15,80 Dollar, da ist einfach nur ein Reinforced Mercenary Digi-Eck, Blitz-Greymon, Kreskarurumon, und ansonsten ist es dasselbe Package, nur dass man hier halt keine garantierten Level 4 bis 5 Digi-Eier hat, sondern hier auch die Chance Hand, also wenn man Pech hat, kann man da auch nur ein 3 von 5 rauskriegen, oder zweimal 3 von 5, deswegen für die 4 Dollar mehr kann man sich auch meiner Meinung nach das hier holen, also bin ich zumindest der Meinung. Wie immer Game King Preise sind anders, die kann ich jetzt nicht überprüfen, das sind ja auf jeden Fall die Steam Preise, und mehr gibt es nicht Neues im Shop, weil es bei dem, das ist ja nur ein Mini-Event, wie gesagt, wenn man hier runter guckt, die beiden Packages sind drin und das Alta S Evolution Item ist drinnen. So, und das Update selber ist, wie gesagt, auch nicht groß lang. Omega Mon Alta S ist, wie gesagt, reingekommen, hier sieht man die Evolution Lines, die sind aber bisher bekannt, also Arkumon Black bis Blitz-Greymon, und Gabumon bis Kreskarurumon, und jetzt ist eben noch Alta S dazugekommen. So, generell fürs Evolution Level braucht man halt Level 41, aber um die Quests anzunehmen, muss man Tamer Level 70 sein, ja, stimmt, das habe ich vorhin falsch gesagt, nicht Blitz-Greymon muss Level 70 sein, sondern nur das Tamer Level muss 70 sein. So, es ist ein Virus Buster, es ist ein Elemental-Type Light, aber es ist ein Virus-Digimon, also Virus, Licht und Virus Buster. Okay, ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. So, dann haben wir hier die Skills, einmal Garuru Sword und Grey Cannon. Das werde ich dann aber später in meinem Road 2 Video dann zeigen, wie das dann aussehen wird. So, How to Evolve your Digimon. Hier sieht man dann, wie gesagt, hier die Basic Conditions. Wie gesagt, beide Level 41 oder drüber, und beide auf Mega Level. Dann die Joggris-Data A für Omega-Mon Alter S bekommt man, wenn man die Joggris-Quests abschließt, die braucht man für Blitz-Greymon. Und das Joggris-Data B kann man im Cash-Shop kaufen, ganz normal. Habe ich ja gezeigt, habe ich mir auch schon geholt, werde ich dann auch gleich öffnen. So, und so sehen dann grob die Quests aus. Also, einmal mit Kalumon, dann zweimal Falle Island Waterfront, dann wieder zweimal Kalumon im DATS-Center, dann zweimal Kreskarurumon in Wind Icewall, dann wieder Kalumon im DATS-Center, dann zweimal mit dem Omegamon-NPC im DATS-Center reden, und dann nochmal mit Kalumon, und dann braucht man halt nur noch einen Joggris-Chip, um das dann entwickeln zu können. So, jetzt kommen wir zum Event selber, Another Omegamon, Omegamon Alter S. So, das ist, wie gesagt, Birth of Omegamon Alter S ist der Buff für den Zeitraum des Events, vom 9. Juli bis zum 23. Juli. Da sind nämlich alle Base-Stats, Attack-Damage, Max-HP-Defense, Digi-Soul, und auch der Damage von den Skills ist verdoppelt für den Zeitraum des Events. Das heißt, die Werte sind ja bei 100% und Level 1. Die Base-Stats 2.969, verdoppelt bei 5.938, und dann halt noch plus Equipment und Digi-Klones und Seals und so alles drauf. Also da haben wir dann schon ordentliche Werte dann für dieses Event. HP, wie gesagt, auch verdoppelt. Alles verdoppelt, kann man hier dann nochmal genau nachgucken. Der Skill-Schaden ist auch verdoppelt. So, und Demonstration of Omegamon Alter S. Wie man das ja noch aus dem Galatmon X Event kennt, ist wieder das Summon Event da. Das heißt, wir bekommen eine Alter S Summon Card jeden Tag. Diese kann man dann im D-Terminal Summon Square benutzen, um Mysterious Omegamon Alter S zu beschwören. Wenn man das besiegt, droppt es ein Proof of Strength, also eine Reward-Box und daraus kann man bekommen, Special Chicken Combo Event 10 Stück, Random Buff Box plus 50% Event ein Stück, Newbies Yellow Soccer Uniform Box ein Stück für einen Tag halt, dann Hatchback Up Level 4 ein Stück, oder eine Mysterious X Antibody Box. Also lohnt sich, wie gesagt, das auf jeden Fall jeden Tag zu machen. Und das war es dann auf jeden Fall von dem Event. Ich hole jetzt noch ganz schnell aus dem Cash Warehouse mein Beta-Item und packe das dann jetzt auf meinen Kreskarurumon. So, damit ist das schon mal abgeschlossen. Später gibt es dann, wie gesagt, ein Video dann noch in Road-2-Manier, wo ich dann die Droggers-Quest zeigen werde, weil jetzt, wie gesagt, muss ich noch schnell Power-Leveln, um die 23% auf Level 69 vollzukriegen und dann noch Level 70 vollzukriegen. Aber, wie gesagt, die Aufnahme startet dann, sobald ich dann damit fertig bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben dalassen. Nicht vergessen, abonnieren. Nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Dann würde ich sagen, sie machen es beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.